Hallo, mein Name ist Jan Wingenfeld und ich bin der F&B-Manager von diesem wunderschönen Schloss. Aktuell ist unser Team leider ein wenig unterbesetzt, sodass ich zum Leidwesen der Mitarbeiter immer mit aushelfen muss. Ah, was habe ich denn jetzt schon wieder? Marina, kannst du mal kurz gucken bitte? Ich habe irgendwas falsch gemacht hier. Ach ja, schon wieder. Ah, Mist. Lisa. Jan, was machst du denn da? So geht das. Ah, Dani. Jan, was machst du denn da? So, wie du gesehen hast, sind die Mitarbeiter gar nicht begeistert, wenn ich überall mit aushelfen muss. Da sind echte Profis gefordert. Und wenn du so ein Profi bist und Lust hast, bei uns zu arbeiten, schau gerne auf unserer Homepage. Da findest du alle Informationen zu den offenen Stellen. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Ich freue mich auf deine Bewerbung.